Sie haben es vielleicht gesehen, es gab technische Probleme bei der 729. Deswegen versuche ich es jetzt nochmal auf diese Weise. Sie gehen also, sollten sofort abonnieren, den Sender. Sie können bei YouTube eingeben, die Welt klar sehen. Oder Uwe Lohse mit zwei U. Denn das ist die Talkshow, der Talkshow-Sender des Internetfernsehens. Den sollten Sie sofort abonnieren und auch die Glocke anmachen. Ja, und Prof. Dr. Martin Schwab, Mitglied von Die Basis, war dabei. Paula Piquet, die beiden Ehrengäste sozusagen. Und die Ökonomie von Mankind hier unten war anwesend. Und wir, die Next Scientist for Future vom World Council, vom Weltrat. Und Herr Klammer von den Natural from Local Sources. Und ich lese Ihnen jetzt mal die Kommentare vor, die da sozusagen unter der Sendung stehen. Und das sagt, glaube ich, auch schon vieles noch einmal, wo ist das Problem? Also, erst einmal, die Auswahl der Experten beziehungsweise Reformer ist für jede Partei entweder das Todesurteil oder das Lebensurteil. Unsere Altparteien sind alle tot, weil sie sich für bestimmte Experten und Reformer entschieden haben, die man im weitesten Sinne als Lobbyismus-ähnliche, Lobbyisten-ähnliche Experten und Reformer bezeichnen kann, die dann natürlich die Politik weg von den Wählern hin zu den Konzernen lenken. Also quasi, es werden Konzerninteressen bedient und nicht Wählerinteressen. Jetzt haben aber leider die, bei den Neuparteien, es gibt ja vier relevante Neuparteien, die Basis, wir 2020 EU, die beiden haben jetzt schon wieder einen Weg beschritten, auch wieder willkürlich und ohne Abstimmung der Parteibasis sozusagen, ohne Vorlegen vor die Parteibasis, sich gegen die kompetenten externen Reformer, wir zum Beispiel haben acht verschiedene externe seriöse Reformer und Experten vorgeschlagen, der Partei und uns selber natürlich auch. Und man hat sich zum Beispiel bei Wir 2020 EU für aus unserer Sicht linksradikale Experten entschieden, die natürlich die ganze Partei Richtung Linksradikalität verschoben haben. Und dann ist man dann im Bereich, bei den Wahlchancen von 0,2 Prozent eigentlich. Nehmen wir noch den Kriseneffekt dazu, dann kommt man da vielleicht auf 4,9 Prozent, aber wahrscheinlich ist dann auch Schluss. Und auch wenn man zufällig doch die 5,0 erreicht oder überschreitet, dann ist da endgültig Schluss, weil das ist eine Sackgasse. Die Welt braucht keine weitere linksradikale Partei. Und die FRAG-Partei und wir2020.de haben diesen Kardinalfehler nicht gemacht, sondern haben diese Offenheit für Experten von Anfang an an den Tag gelegt und behalten sozusagen. Und da ist auch bei der Talkshow ist auch ein Vertreter vom Orga-Team der FRAG-Partei dabei und auch ein Vertreter von einem Orga-Team der WIR2020.de. Wobei wir nicht wissen, was daraus wird, weil da gibt es wohl immer noch Unklarheiten, wer bekommt am Ende den Namen WIR2020 und welche Partei ist gültig, welche nicht und so weiter. Das wird wohl noch alles endgültig geklärt werden müssen. Und Schluck Wasser. Falls wir 2020.de irgendwann vielleicht den Namen aufgeben will oder muss, dann haben wir ihr empfohlen, mit der FRAG-Partei zusammenzugehen oder sich FRAG-Partei zu nennen und das zu fusionieren, weil da eben die gleichen guten Gemüter drin sind, nämlich man darf keine Reformer und Experten ausschließen, sondern nur in der Menge der Zeit, also in den, wie viele Extraminuten man ihnen gibt, also drei Extraminuten für wen sozusagen, ist dann auch die Schlüsselfrage bei den Experten und Reformern für eine Partei und dann werden dann durch interne Abstimmungen einfach, und zwar der Nicht-Reformer und der Nicht-Experten, die dann, also ideal ist immer, wenn die Parteibasis aus einer repräsentativen Wählerstichprobe ungefähr besteht und dann wird man dann auch nicht dazu neigen, zu externen Experten, zu extremen Experten und Reformern sozusagen sich hinzuwenden zu stark. Ja, und jetzt lese ich mal hier vor, was haben wir hier? Die Economy for Mankind ist ja mittlerweile auch eventuell gewechselt zu Partei Neo und so weiter, steht unter dem Video ja der Link, und diese Partei, denke ich, wird völlig chancenlos sein, weil das Programm so linksradikal ist, dass es unwählbar ist, ja, obwohl es auf den ersten Blick eben sehr verführerisch klingt. Ja, deswegen jetzt hier die Kommentare lese ich mal vor. Die Wahlen werden es für die Partei Neo offenbaren, vielleicht 0,3 Prozent. Wähler wählen keine realitätsfernen Ideen. Ach, hier übrigens unten rechts am rundlichen Ding wieder schneller drehen, weil ich ja so langsam rede, ne? Wähler wählen keine realitätsfernen Ideen, und linksradikale Splitterparteien gibt es wie Sand am Meer. Man ist mal vorübergehend fasziniert von so schönen Träumen eines Schlaraffenlandes, wo allen die gebratenen Geldscheine in den Mund fliegen, aber dann merkt man doch, dass man am Ende in der DDR 2.0 aufwachen würde und macht dann doch besser das Kreuz an einer anderen Stelle. Economy for Mankind gelingt der Spagat, Karl Marx abzulehnen und dennoch ein Konzept zu haben, auf das Marx stolz wäre. Soweit Enteignung ab 30 Millionen Euro Vermögen geht noch nicht einmal der als Herz-Jesu-Marxist bezeichnete Christian Fellber, Gründer der Gemeinwohl-Ökonomie. Ja, also wenn man enteignet ab 30 Millionen Euro, dann verlassen alle mit mehr Euro, oder die, die mehr verdienen wollen, verlassen alle schlagartig das Land und zurück bleibt ein bitterarmes Land von nicht mehr leistungsfähigen Menschen und dann bedeutet das den Untergang Deutschlands. Weiter steht hier, letztlich gibt es für die Economy for Mankind nur einen realistischen Namen, Tarnkappen-Marxismus, weil er eben, weil es eben vorspielt, es gebe die wundersame Geldvermehrung oder es wäre möglich, den Reichen Geld wegzunehmen, ohne dass die da zurückschlagen, indem sie ihre Unternehmen und ihre Maschinen und ihre Wohnsitze ins Ausland verlagern und dann für Deutschland gar keine Steuern mehr zahlen und wir dadurch alle bettelarm werden, weil wir dann nicht mehr bei Mercedes arbeiten können mit 30 Euro pro Stunde, sondern nur noch irgendwo anders arbeiten können mit 3 Euro die Stunde. Ja, weil alle hochlohnzahlenden Firmen, die gut verdienen, weg sind dann. Das ist also ein Deutschlandszerstörungsprogramm. Schluck Wasser. Je länger das Nachdenken dauert, desto wahrscheinlicher erscheint, dass Herr Gastmann sich mit einer Robin-Hood-Illusion identifiziert hat. Ja, Robin-Hood, das war der, der Rächer der Enterbten, der also sozusagen in aggressiver Manier sich gegen die Reichen gestellt hat, die die quasi beraubt hat und es dann, sich dann darin gesondt hat, es den Armen zu schenken. Und genau dieses, das ist das, was hinter Economy for Mankind steckt, nämlich einfach sozusagen krasseste Umverteilung, die so brutal ist. Alles über 30 Millionen wird enteignet. Also das ist, ich weiß noch nicht mal, ob die DDR so brutal war, ob sie wirklich alles über 30 Millionen schon total enteignet hat. Also möglicherweise ja. Und ja, also und damit ist aber auch eigentlich alles gesagt. Und das Ganze beruht auf einem Menschenbild, das völlig falsch ist, ohne psychologische Kenntnisse, ohne evolutionspsychologische, psychobiologische, naturwissenschaftliche Kenntnisse, ohne soziobiologische Kenntnisse, alles ohne naturwissenschaftliches Fundament. Und dadurch ist quasi so, es wird das Heil gesehen nur im Geld. Also man kann sagen, das ganze Konzept ist geschrieben aus einer geldsüchtigen, konsumsüchtigen, süßigkeitensüchtigen, schokoladensüchtigen Perspektive heraus, sozusagen ohne psychologische Innenschau- und Selbstwahrnehmungsfähigkeit, sozusagen und ohne Menschenkenntnis, also ohne Kenntnis dessen, dass uns diese Konsumsucht und Kaufsucht und Shoppingsucht nicht gut tut, sondern dass unser Wirtschaftssystem uns alle in Richtung einsame, kaufsüchtige Singles oder Kleinstfamilien oder Rumpffamilien umgewandelt hat, auf das wir kaufsüchtig, Shoppingsucht, süchtig, konsumsüchtig, zuckersüchtig, schokoladensüchtig, alkoholsüchtig und so weiter und übergewichtig und esskrank und so weiter und ernährungsbedingte Krankheiten und so weiter. Daraufhin hat unser gesamtes Wirtschaftssystem uns hingesteuert und die Ökonomie von Mankind hat da überhaupt kein Problembewusstsein. Und das ist eben dieser Punkt, man sieht das auch so ein bisschen, Sie können das an den Bildern sehen, Sie sehen vielleicht bei mir, dass ich im idealen Schlankheitsbereich bin, rechts unten, rechts im Bild. Herr Klammer trotz seiner Bevorzugung des Lokalen schon auf mich leicht übergewichtig wirkt und Herr Gastmann deutlich übergewichtig auf mich wirkt. Müssen Sie einschätzen, wie Sie das sehen. Und das ist genau typisch. Die Ökonomie von Mankind sucht das Heil der Gesellschaft in mehr Geld, mehr Konsum, mehr ungesundem Lebensstil, in der Konsumsucht, in der Kaufsucht, in der Shoppingsucht, ohne Hinterfragung solcher zentral wichtigen gesellschaftlichen Themen, so wie es zum Beispiel Professor Nico Pech tut, der uns da auf unseren pathologischen, krankhaften Überkonsum hin ja auch anspricht und so weiter, den wir ja auch als einen der acht sinnvollen Experten und Reformer als Diskussionsstreitpartner empfehlen. Ja, und lesen wir doch mal weiter. Herr Klammers, das ist der Herr in der Mitte, Herr Josef Klammer. Herr Klammers Konzept besteht aus der naiven Illusion, Landwirtschaft würde uns weniger vergiften mit Antibiotika und Spritzmitteln, wenn die von ihm verteufelte Großindustrie außen vor wäre und alles dem Kleinräumigen überlassen würde. Ja, das ist genau das Dilemma, dass eben diese Großindustrie, das ist genauso wie die Frage staatlich oder privat. Es ist völlig egal aus Sicht der NextScientistsForFuture.de. Ob die Großindustrie, also ob es ein System staatlich oder privat ist, Hauptsache, Gutes tun für uns WählerInnen wird gezielt und gekonnt mit 50 Jahren Erfahrung gekonnt, gesetzt, belohnt durch positive Anreize, durch gekonnt, gesetzte positive Anreize belohnt. Wenn das nicht geschieht, dann wird jedes private und jedes staatliche System schädlich für uns, weil es dann mehr eigene Interessen verfolgt, als uns zu dienen. Und die NextScientistsForFuture, die machen mit ihren positiven Anreizen, die sie setzen, sorgen dafür, dass alle Systeme, alle Bürokratien, alle Behörden, alle Sparten der Gesellschaft ihnen dienen müssen, liebe WählerInnen, während diesbezüglich also die anderen Systeme gar nichts zu bieten haben. Schluck Wasser. Am ehesten hat in unsere Richtung noch etwas zu bieten, die auch schwer kritisierbare Gemeinwohlökonomie des Christian Fellbar, die wir deswegen auch als interessanten Experten und Reformer empfehlen, als Streitpartner hinzuzuziehen, um daran auch die Überlegenheit unserer Konzepte verdeutlichen zu können. Viel fein, viel eher. Also man braucht ja eben auch Sparringspartner. So. Und genauso ist es mit der Frage Großindustrie oder klein. Großindustrie oder klein und lokal und so weiter. Das ist völlig egal. Entscheidend ist doch nur, ob die positiven Anreize so gut und so gekonnt und so professionell gesetzt sind, dass sowohl die Großindustrie als auch die Kleinbauern uns Gutes tun müssen, weil sie sonst pleite gehen. Und das wollen wir doch. Es ist uns doch, Ihnen als WählerInnen ist doch egal, ob das nun Großindustrie ist, Großkonzerne und so weiter oder winzige Betriebe. Es ist doch auch so, gucken Sie sich an, da gibt es kleine Restaurants, da werden sie vergiftet mit Salmonellen und allem Möglichen und da sieht es in der Küche aus wie bei Hempels unterm Bett. Also da liegen die toten Ratten und toten Mäuse und Kakerlaken rum und so weiter. Und da kriegen Sie ihr Essen. Das ist doch nicht gesagt, dass ein kleines Restaurant sauberer ist als ein großes. Sondern es kommt doch darauf an, wie die Anreize gesetzt sind und wie die Restaurants belohnt werden, egal ob klein oder groß, dafür, dass sie sie eben nicht krank machen sozusagen und dass sie für Gesundheitsförderung belohnt werden, damit sie ihnen gesunde Nahrung verkaufen und sie nicht verführen zur möglichst krankmachenden Nahrung oder gar verseuchter Gammelfleischnahrung. Es gab ja Fernsehsendungen, da hat man den Restaurants, hat man Gammelfleisch zum super günstigen Preis angeboten und praktisch alle haben das gekauft. So nach dem Motto, wenn die Leute, wenn die Leute dann hinterher richtig, wenn die richtig krank werden danach, kein Mensch kann ja sagen und feststellen, dass er genau wegen dieses Essens krank geworden ist. Er kann ja auch wegen was anderem krank geworden sein. Und dadurch ist sozusagen es für ein Restaurant völlig ungefährlich, Gammelfleisch den Gästen zu geben. Man macht dann riesigen Profit damit, weil man ja sozusagen im Einkauf extrem einspart. Und wenn die Leute dann doch krank werden oder es ihnen schlecht wird, dann wird schon nichts passieren. Das wird auch dann der Gast aller Wahrscheinlichkeit gar nicht dem Essen zuordnen können, sondern der wird vielleicht denken, dass er irgendwie dann später was anderes gegessen hat, was ihm nicht bekommen ist oder sonst weh. Und ja, und genauso ist es bei der Nahrungsindustrie. Mir ist völlig egal als Wähler, ob die klein oder groß ist. Hauptsache, sie wird in die richtige Richtung belohnt und das können nur die Next Scientists for Future als Experten bzw. Reformer. Da geht es dann weiter im Kommentar. Das ist der kindliche Aberglaube an die Gutheit des Menschen. Ein völlig unrealistisches Menschenbild von Träumern, die nicht erkennen, dass unter schlechten Umständen Fehlanreizkonstellationen Menschen jederzeit das Übelste tun können. Ja, das ist eben der Punkt. Aber da kommt ja noch was. Milgram und Aschexperiment bewiesen, dass, wenn der Anreizdruck da ist, in dem Falle der befehlende Wissenschaftler oder der Druck einer Herde, der Herdentrieb oder Herdendruck, dass fast jeder Mensch in der Lage ist, in Irrtumswelten einzutreten und anderen schwerste Schäden zuzufügen. Also, und der Irrtum könnte dann lauten, ja, ach, das bisschen Spritzen schadet den Leuten schon nicht oder so. Ja. Und das ist bei jedem noch so kleinen Landwirtschaftsbetrieb genauso. Eine gesunde Nahrung werden wir erst bekommen, wenn wir knallhart kontrollieren, ob ein Landwirt die Bürger vergiftet oder nicht. Ganz egal, die Wählerinnen müssen es heißen, vergiftet oder nicht. Ganz egal, ob industrieller Großbetrieb oder idyllischer Kleinhof. Klammers Konzept der Ablehnung dieser knallharten Kontrolle auf Basis der Gesundheitsdaten, der Kunden, der Wohlfühlstimmen und so weiter, der Langlebigkeitsdaten, bedeutet gemeingefährliche Narrenfreiheit für jeden Giftmischer unter den Kleinbauern. Und genau diese Narrenfreiheit hat uns erst die krankmachende Nahrung gebracht. Das Überbleibsel der Jugendzeit, eine linksradikale Ecke in vielen, frohlockt natürlich angesichts solch schöner Ökonomie vor Männkein Träume. Endlich Reichtum für alle und das irgendwie auch noch folgenlos. Und da will man dann gar nicht darüber nachdenken, mit welchen brutalen Gegenmaßnahmen diejenigen reagieren können und werden, denen man mal so eben dieses viele Geld wegnehmen will, um es wie Robin Hood in Kindertraumanier den Armen zu geben. Ja, das ist eben der entscheidende Punkt. Politiker können gegenreagieren. Wenn man sagt, Politiker seien Verbrecher, dann muss man damit rechnen, dass diese sich zurückschlagen werden und einen selber mit aller Kraft bekämpfen werden. Ja, das ist, denn die Ökonomie vor Männkein geht so aggressiv auf die anderen Politiker los, dass die natürlich knallert zurückschlagen werden. Und in Wirklichkeit, die Ökonomie vor Männkein wirft viel Nebel auf und Staub auf und sagt so, in diesem Nebel wird irgendwie Geld irgendwie erzeugt. Ohne dass es, das wird nicht von den Unternehmern weggenommen, es wird von niemandem weggenommen. Das kommt irgendwie durch Umsatzbeschleunigung oder was auch immer, irgendwie eine Illusion. Und dann ist plötzlich viel Geld da und plötzlich sind die Armen total reich und es ist überhaupt kein Problem. Und es wird sich niemand dagegen wehren. Die Wahrheit ist aber, dieses Geld muss irgendwo herkommen. Es kommt von den Besserverdienenden und die wandern alle ab und zurück bleibt ein bettelarmes Land. Und die Leute bekommen nicht doppelt so viel Geld wie vorher, sondern die Hälfte des Geldes oder ein Drittel des Geldes wie vorher und werden dann sehen, ah ja, wir sind mal bettelarm geworden, weil wir mal wieder auf eine Illusion, auf einen Verführer, ein Verführungskonzept reingefallen sind mit großen Versprechungen. Ja, Herr Gastmann hat mal sich darüber beschwert, dass das ja, wenn es so wie bei unseren Vorwahlensystemen, dass dann derjenige, der die Leute am besten verführt und ihnen am meisten verspricht, wie ein gebrauchtwaren Händler sozusagen, ihnen große Versprechungen macht und nichts dahinter und so weiter. Und er sieht nicht, dass er jetzt, wo es ja um die Frage geht, für welchen Reformer oder Experten sollen sich die Parteien, die Parteibasis, die jeweiligen Partei, die jeweiligen Partei, die jeweilige Parteibasis der verschiedenen Parteien, für wen sollen sie sich entscheiden als Experten, dass sie da ja auch darauf angewiesen sind. Und auch da jeder blenden kann, natürlich, das ist ja der Nachteil der Demokratie, dass man halt blenden kann mit verführerisch klingenden Konzepten. Aber darin ist ja eben gerade die Ökonomie von Mankind Meister. Sie ist sozusagen die, sie macht einen, ein Schlaraffenland-Illusion auf, die da, wo man natürlich, die man gerne hört und wo man denkt, oh, das wäre ja so schön. Und dann, ja, und gerade dadurch, und wir müssen dann halt sagen, nee, das kann ja gar nicht funktionieren, weil da werden sich sowohl die Politiker werden brutals zurückschlagen gegen jede Partei, die solche aggressiven Konzepte übernimmt. Und alle Reichen und Unternehmer werden brutals zurückschlagen, wenn eine Partei mit solch einem linksradikalen Konzept an sie, also ihnen droht, sozusagen. Schluck Wasser. Ja. Immer wieder zeigt sich, wie unendlich gefährlich der Mangel einer umfassenden naturwissenschaftlichen Bildung ist, weil man dann Reformen vorschlägt wie Herr Klammer, die in die völlig falsche Richtung gehen. Vor 40.000 Jahren begann die Zerstörung unseres Lebens durch die Vorformen des bösartigen Raubtierkapitalismus immer deutlich sichtbarer zu werden. Unsere Gehirne begannen zu schrumpfen bis heute um 0,15 Liter. Das ist fast so ein kleines 0,2 Liter Glas. Wir werden also systematisch dümmer. Und zwar parallel zur allmählich aufkommenden Erfindung des Geldes und der Landwirtschaft, die dann vor 10.000 Jahren richtig groß wurde. Ackerbau und Viehzucht. Und vor 10.000 Jahren wurden wir dadurch so zerstört, dass wir mickriger wurden, also in der Körpergröße wurden wir und die großen Seuchen ihren Anfang nahmen. Und das ohne jegliche Landwirtschaftskonzerne. Allein die Profitinteressen gerade der kleinen lokalen Landwirte, die Herr Klammer für so toll illusioniert, haben also unser Leben aufs Schwerste beschädigt und waren die Ersten, die Gifte einsetzten, um Profite zu vergrößern, auf unsere Kosten. Ohne solide naturwissenschaftliche Bildung sollte man halt einfach die Finger weglassen vom Reformieren. Ja, also ich würde mal sagen, so viel. Also insgesamt, seien Sie vorsichtig, denken Sie die Sachen durch. Unser Ansatz ist der einzige naturwissenschaftlich logische. Positive Anreize werden so stark gesetzt, dass dadurch auch alle manipulativen Dinge in der Gesellschaft verschwinden. Die sogenannten vorteilbringenden Irrtümer, die in unseren Köpfen dann als zu parasitären Memen und Killerviren das Geistes werden und uns durchmanipulieren. Ja, all diese Dinge verschwinden, wenn man die positiven Anreize nur stark genug und gezielt genug und gekonnt genug mit 50 Jahren Erfahrung setzt. Und das können nur die Professorinnen und so weiter vom Weltrat, ja, von den Next Scientists for Future. Die sind die Staatscoachingsexperten dieser Erde. Und ja, und man wird jetzt und eine Partei, die dieses, so ein Programm sich dann großteils von den Next Scientists for Future bei Anhörung all der anderen Experten sich für unsere Parteiprogrammspunkte entscheiden würde, würde belohnt durch bis zu 56 Prozent Wählerpotenzial. Denn unsere, der Weltrat, die Next Scientists for Future haben in einer simulierten Bundestagswahl 56 Prozent der Wählerstimmen bekommen. 44 Prozent waren total dagegen. Das war wie so eine Art Shitstorm in den Kommentierungen. Warum habe ich denn jetzt so gewählt, wie ich gewählt habe? Und 56 Prozent, da waren die Kommentare genauso begeistert, wie sie auf der anderen Seite negativ waren bei den 44 Prozent, die dagegen waren. Also kann man sagen, es ist zwar ein knappes Rennen, aber man kann sogar mit unseren Konzepten, kann man sogar alleine regieren. Aber keine Partei wird es schaffen, von 0 auf 56 Prozent zu kommen, sondern man muss froh sein, wenn man erst mal ein 15 Prozent Koalitionspartner ist und dann die Regierung, also den großen Koalitionspartner sozusagen überzeugen kann, dass man, dass die Reformen der Next Scientists for Future gut sind, für jeden Politiker, für jeden in der Gesellschaft, für alle Menschen gut sind. Und das ist die Strategie der Next Scientists for Future, der versöhnliche Weg des Miteinanders und der Lösung der Probleme. Denn wir alle, alle Menschen leiden, alle Menschen leiden unter diesem schrecklichen System. Ja, also das heißt, ja, das war es jetzt erst mal soweit, ja. Tschüssi, bis bald. Achso, nee, ich muss ja noch was zeigen hier. Das war dann also jetzt die, da müsste eigentlich jetzt stehen drei, also hier die dritte Kritik an Economy for Mankind und Natural from Local Sources von Herrn Klammer. Und ja, und dann schauen wir noch mal hier. Also noch einmal News zu. Also liebe Parteien, liebe vier Parteien, die ich vorhin genannt habe, die alle diese vier Parteien, bitte lieber Prof. Bagdi, Dr. Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Eva Rosen, ja. Bitte führt eure Parteien auf den richtigen Weg. Ich liege fast nie daneben in meinen Prognosen und ich fürchte, dass wir 2020 EU und die Basis mit diesem linksradikalen Programm sich selbst schon jetzt den Todesstoß gegeben haben, weil das unwählbar sein wird für die Masse der WählerInnen, ja. Bitte kommt noch rechtzeitig auf den richtigen Kurs und lasst uns gemeinsam eine große neue Volkspartei machen. Dann braucht es auch sozusagen dann nicht mehr die Wir2020.de oder die Frackpartei. Und wenn nicht, wenn die Basis und Wir2020 EU auf ihrem Selbstmordweg bleiben, dann müssen halt Wir2020.de und die Frackpartei zu der neuen großen Volkspartei werden. Aber dann müssen die auch mal irgendwie zügig, müssten die jetzt in die Hufe kommen sozusagen, damit dann schnell was möglich ist. Also soweit hier zu den heutigen wissenschaftlichen Tagesthemen und heute Journal, unserem wissenschaftlichen Heute Journal. Ja, das war es wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute mit den News for the Clever zu die Basis Wir2020, Frackpartei und so weiter. Dritte Kritik an Ökonomie for Mankind. Ja. Tschüssi, bis bald. Schau. 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 Hier sind keine Freiheit. Schau.